Guck mal Kaspar, wir sind in Murmeln, einfach was? Und meine Murmel ist rot. Haha, das ist eigentlich seine Farbe. Aber guck mal, wir können hier... Warte mal, ich sehe gerade, hier ist rot. Hier ist rot, komm das hier rot mal rein. Komm das hier rot mal rein. Wow, Alter, das ist ja wie in so einer krassen... Rutsche, Wasserrutsche. Was? Jo, wo geht das hier hin? Sag mal. Geh mal aus dem Weg, wir sind zu langsam. Was ist zu langsam? Du bist doch gar nicht... Berührst du mich? Denn eine Murmel war viel zu lang, dann eben. Oh Gott, wir sind im Riesentrichter. Jo, was? Wow! Ich bin gerade reinrollt. Wir müssen so schnell reingerollt. Ich bin komplett runtergerollt auf einmal. Es geht noch weiter, hier ist noch weiter. Ich hole immer noch. Oh Gott. Oh, ich bin irgendwo angekommen. Ach, hier geht's wieder nach oben. Hier geht's wieder nach oben. Hier, du kannst unten jetzt auf den Enterhaken drücken. Zack, Grapple. Ah ne, das geht gar nicht. Nein, guck mal, wir können das hier machen. Guck mal. Okay. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Okay, welche Woche wäre das denn? Das ist orange, meine Farbe. Okay, orange, orange. Wow! Oh mein Gott, ich bin rausgefallen. Ich bin auch rausgefallen. Hä? Und jetzt hier? Hä? Ich bin doch nicht rausgefallen, ich bin, ich fliege grad noch. Wow! Man sollte rausfallen. Ja? Ich flieg immer noch. Ich flieg perfekt. Wofür guck mich an, guck mich an, wo ich her flieg, Digga, ich mach gar nichts. Boing. Boing! 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 Du sollst doch, dass es blaue Felder sind, um dann wieder nach oben zu kommen Ne, die meine ich nicht Das ist jetzt hier irgendwie so ein Weg, der geht unendlich Ich bin im Kreis Ich hängst du ja fest, ich ruhe durch die schwarze Rutsche Ich muss mich zurücksetzen, warte, warte, ich komme auch zur schwarze Warte doch auf mich, komm doch, ich komme doch Die schwarze, okay, ich komme Alter Oh mein Gott Alter Alter, ich bin so eine Rutsche schon mal in so einen riesen Wasserpack gerutscht, ne Mit so einem Ring drauf Ich auch, ich auch Du musst eigentlich gleich genau hier rauskommen Ja, da bin ich Da bist du Okay, komm Du kannst das blaue Felder, oder was? Nein, 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 guck mal, da sind so welche über uns Ah, ne, du hast es nicht gesehen Aber da sind so welche über Oh Gott Mariel, wollen wir das nehmen? Blau rein? Komm, blau rein Oh Das sind so türkise Felder irgendwie Die machen einen nach oben oder so Oh Gott Keine Ahnung Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wir sind im größten Murmelpark aller Zeiten Ja, Mann Oh Gott Oh Gott Weißt du, was krass wäre? Weißt du, was wäre krass? Es gibt zwei Rutschen, die sind abgesperrt Glaubst du, wollen wir trotzdem fahren einfach? Die verbotenen Rutschen Die verbotenen Rutschen Boah, darauf hätte ich mega Lust drauf Das wäre krass Unbedingt machen Oh Gott Jetzt hier lang? Langsamer Oh Boah Boah, weil du gesprungen bist Was hast du denn? Nein Ah, du fällst runter Nein, ich bin rausgefallen Oh mein Gott Und ich gehe hier wieder unten rauf Und zack Alter, ich gehe hier wieder Ich gehe hier wieder rein Wie rein? Oh mein Gott, ich bin wieder drin In der blauen Rutsche Okay, ich warte hier oben auf dich Sieh zu, sieh zu, sieh zu Da ist er wieder reingegangen Gehst du auch in den Trichter rein? Nee, ich bin oben, Bro Ich warte, ich bin oben Dann warte Hey, ich bin in den Trichter reingegangen Bei blau Hier ist die, das muss diese versteckte Rutsche sein Diese Mini Rutsche hier Bist du ganz oben wieder? Ja, ja, ich fand die ganze Zeit Oh Gott Hier, guck mal diese Pinke Das muss diese abgesperrte sein Lass sie mal zum Ende fahren Okay, jetzt erst mal Lass mal gelb Gelb, ja Gelb sieht simpel aus Boah, sieht sehr simpel aus Alter, ich sage Oh Hey, du steuerst das ja Ich steuer gar nichts Ich lasse mich ganz nochmal rollen Nein, du steuerst das Ich bin jetzt schon durch den nächsten Trichter Ich muss dich rollen lassen Ja, mache ich auch Oh Gott Oh, oh Doch, doch, ich bin jetzt nicht bekommen Alles gut Boah Ja, nee Also so schnell wie du durch die Rollen Dadurch kommt Hast du dich safe bewegt Rentner, Rentner Ich freue mich immer noch Rentner Oh Gott So, wie es auch sein sollte Alter Yo Alter Ich habe perfekt Vom gelben Feld Zum gelben Feld Wie Ja Das passiert nämlich Wenn man Was hast du gemacht Was hast du gemacht Tja, ich habe ein Abzeichen bekommen Du musst nämlich nichts drücken Du darfst nichts drücken Ich habe auch ein Abzeichen bekommen Du bewegt Nee, du bewegt sie dem Ziel Ich habe Abzeichen gelb bekommen Komm mal her Ich will dir was zeigen Komm mal her Du kannst hier oben aufs blaue Feld drauf Hier neben dir Sag aufs blaue drauf So jetzt nochmal aufs blaue Und jetzt sind wir ganz oben Und siehst du hier hellgelb Siehst du hier hellgelb Oh mein Gott Geh rein Nicht bewegen Oh Gott Und nicht mehr bewegen jetzt Nicht mehr bewegen Oh mein Gott Hä Warte, dass sich die Tür öffnet Oh nein Oh nein Wow Wie schnell sind wir Oh Ja, nicht mehr bewegen Das sehe ich Und jetzt Bei dem ging es Ging es halt nicht Alter, hier ist ein Ding Wo pflege ich hin? Bro, wo bin ich hin? Ich bin einfach wieder oben drauf geflogen Perfekt Okay Ähm Alter Ich geh jetzt mal in die verschwommene Rutsche Wo bist du denn? Komm wieder nach oben Mach Escape Zurücksetzen Nein, bist du auch wieder oben Komm mit in die verschwommene Rutsche rein So, ich rutsche jetzt hier los Oh mein Gott Warte doch Ich setze mich doch gerade zurück Oh mein Gott, es geht los Beeil dich Hey, du wartest ja einfach nicht Beeil dich Ganz oben Verschwommene Rutsche Und ich warte hier oben Ich warte hier oben Ich bin drin Ich bin drin Oh, bist du? Ich sehe dich gar nicht Doch, da kommst du Ich fährt nach oben Ja, und jetzt gleich siehst du Was dann Phase ist So Komm raus hier Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Ich hab die Mütze, glaube ich, eingesammelt Oh, nein Oh, oh Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, hä Oh mein Gott Oh Ich hab er überholt eben Oh, komm Oh, komm bitte rein, bitte rein, bitte rein, bitte rein Oh, ja Oh, ja Oh, ja Du hast abgekürzt Nee, ich hab nichts bewegt Oh, weiter, weiter, weiter Oh, raus hier Ja Alter, hier ist noch richtige Achterbahn Was ist denn das Grüne da hinten Ich sehe es gerade Alter, die müssen wir rutschen Hast du so eine Bowlingbahn? Okay, welche Bahn willst du jetzt rutschen? Alter, die Bowlingbahn ist auch cool Ist jetzt gerade Warte, ich gehe ja wieder nach Dingens Ich gehe wieder nach oben Ich will diese hellgrüne rutschen Okay, pass auf Dann müssen wir nochmal nach oben ein Und jetzt ist hier nämlich Jetzt ist hier grün So ein ziemlich Ein nur nach oben Ein nur nach oben Da Okay Nein, nicht das Grün Ein nur Neon-Grün Neon-Grün Okay Dann noch mal ein Sicher Weil hier ist Neon-Grün Guck mal, siehst du das? Neon-Grün Ganz oben, ganz oben Ganz oben Also hier steht hellgrau Aber der Knopf davon ist neon-grün Ich könnte mir vorstellen, dass hier das ist Siehst du das? Bruder, ich sehe dich gar nicht Hier, ich bin doch hellgrau Ja, hellgrau Ja, gut, dann gehen wir mal rein Das ist aber hellgrau, Idiot Hä, da war doch der Knopf Neon-Grün Hast du es nicht gesehen? Ja, da steht aber hellgrau Oh, das ist doch die Farbe oben Oh Was ist ich denn? Ey, du hast mich so gebremst Du hast mich so gebremst Oh Alter, mich schnell drehe ich mich Oh, das ist das Bowling-Ding Oh mein Gott, wie cool Bowling-Strike Bowling Ey, jetzt sind alle schon weg Weil du Strike gemacht hast Ey, was ist denn hier vorne? Was ist das? Warte mal Oh nein Die ist echt unsichtbar Oh mein Gott Alter, das ist verwirrend Oh Hä? Oh 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 Alter Okay, die war aber schnell Okay, ich bin wieder nach oben gefeuert Werde jetzt gerade hier Ja, ich auch So Okay, welche hier jetzt? So einer Wenn wir hier noch einer von oben nehmen So eine weiße einfach Okay, komm Die weiße Los geht's Riesentrichter Oh mein Gott Nicht bewegen jetzt Mütze, Mütze, Mütze Ja, ich hab's bewegen Nein, 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 nein Alles normal Leider Alles normal Oh 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 Gott Ich bin gedroppt Oh Gott Oh, ich auch Oh Gott Und rum Und noch mal rum Und rum Juppi Looping Und noch mal looping Die war auch sehr, sehr stark Alter Da bist du Oh Gott Oh Gott Und nach oben Der mich richtig weggepfeffert, ne? Ja Okay, ich geh auch nach oben gerade Okay, ich überlege gerade Komm, wir lassen einmal die geheime Rutsche hier Die pinke machen Komm Einmal heimlich Die andere ist oben Okay, einmal Okay, komm Oh mein Gott Wie klein Guck mal, da passen wir fast gar nicht rein Die Barbie-Rutsche, Alter Oh, schneller Weg da Weg da Weg da Oh mein Gott Guck mal hier Oh, der rennt Das ist ein Labyrinth Oh Ja, und du bewegt dich nicht Ist richtig Mach ich nicht Mach ich doch nicht Guck doch Wie du bist schon durch Wie du jetzt gerade auf einmal so schnell geworden bist Ich bin doch im Trächer drin Du bist schon durch Du hast dich selbst bewegt Du bist selbst schnell geworden Du bist ein Schummler Du bist selber ein Schummler, Alter Du, auf einmal bist du im Trichter schon durch Ich hab's doch genau gesehen Alter, hier kann man hochgehen Eine Treppe Guck mal, noch eine krasse Rutsche, oder was? Nee, wahrscheinlich nicht Ich glaube, ich Nein, das ist zum Runterkommen, wenn man drauf fliegt Pass auf Lass mal nochmal nach unten gehen jetzt hier Wow Und hier gibt es nämlich unten eine Obsidian-Rutsche Ein-Untertsporn Oh mein Gott Hier, siehst du die? Rein da Rein da Alter Die Obsidian-Rutsche Hä? Yo, yo, yo Wow Wow Wie cool ist das denn? Alter Endlich mal eine Rutsche, wo du dich nicht bewegen darfst Gar nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, das ist so cool Wo fliegen wir hier hin? Das ist so cool Oh nein Auf den blauen Feldern war ich die ganze Zeit eben drauf Da war ich eben die ganze Zeit drauf Das ist das, was ich meinte am Anfang Dann lass doch mal auf das blauen Du musst die blaue Rutsche machen Okay Was war das? Das ist die normale blaue? Nee, oder? Nee, Türkis hier unten ist das Hier ist das safe Ein weiter runter Ein weiter runter als Spawn Türkis hier Die muss das sein Hier unten jetzt Okay, let's doch mal gucken Ich glaube aber nicht Doch, safe Oh Gott Oh Gott Alter Das ist sie nicht Doch, das ist sie Du siehst du schnell Oh mein Gott Das ist sie nicht Du siehst sie da, siehst du doch Nein, das ist sie nicht Das blaue ist was anderes nochmal Ja, okay, stimmt Mal gucken, ich schreibe ich da mal über 5.3 Durch die ganzen Oh mein Gott Denkst du, das ist die normale blaue? Nein, 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 nein Lass nochmal gucken Das ist muss Da war eben auch Diamant oder sowas Hier, Diamant könnte das Diamant ist das Safe Siehst du das? Das ist ja 4 Ach, Diamant Nee, das ist es nicht Aber können wir machen Ich gucke, ich gucke Alter, sieht die krass aus Läume zum Rat Jo Oh mein Gott Aber das ist sie nicht Aber ich frage mich, wer die sein könnte Das ist sie auch nicht Vielleicht eine geheime noch Zweite geheime oder so Oh Jo Wummi Oh Reiner Abflug Wow Ey, aber die war nicht ganz so krass Warte mal Was ist die blaue? Ich bin die blaue Hey, warte mal hier oben Räum mal durch, räum mal durch Yo Ich bin drauf den türkisen Feldern wieder Warte auf mich, lass zusammen hüpfen Okay, okay, okay Geh, fahr noch Okay, ich kann dich auch anhalten Ich kann dich anhalten Das ist mal automatisch Oh Gott Oh mein Gott Ich hüpfe Aber wohin Das ist das, wo ich am Anfang auch war Ja, das ist ein Kreis Das ist ein Kreis Das ist nämlich einfach nur Zeit vertreibt Das ist keine Rutsche Wie, das ist ein Kreis? Das ist ein Kreis Das siehst du gleich Du bist jetzt gleich wieder da Wo du am Anfang angefangen hast Ah Ist einfach nur im Kreis Die ganze Zeit Ah, das heißt Das kürzt du keine Rutsche Nein, nein, nein Ist einfach nur irgendwie So ein geheimer Bereich Aber ist voll cool Wie wir rumrücken gerade So, ich gehe wieder nach unten rauf Und jetzt lass die andere Geheime Rutsche machen Komm Okay, okay, okay Die muss nämlich ganz unten sein Die muss ganz unten sein Welche geheime? So, nach unten Nach unten Nach unten So Oh mein Gott Warte mal, wo ist sie jetzt? Ich weiß nicht, wo ich flogen bin Runter Hier Und runter Hier muss das sein Andi, warte mal Ey Hier, die Neon ist das Siehst du das? Die Neon Okay, rein da Die darf man auch erst am 18 benutzen Oh mein Gott Oh mein Gott Guck mal, wie die aussieht Oh mein Gott Oh Die sieht so krass aus, Alter Ey, du hast Gas gegeben Bin ich zu schnell jetzt Oh Wow Alter, ist die krass Was? Alter, ist die krass Yo Wow Yo Ich bin runtergefallen Das war so eine krasse, geile Rutsche, Alter Locker Weil du Gas gegeben hast Alter Nicht schlecht, ey Die krassen Wir sind heute auch immer mit den krassen Rutschen gefahren Auch mit den beiden die geheimsten Leute Wo man nicht jeder damit rutschen darf Auch über die krasse Folge Lasst ein Like und noch ein Abonter Wenn es ihr gefällt Schaut mir die Qualität um das von diesem Mal Videos aus Wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Und ciao 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 Ciao